2 2 3 4 so hallo um willkommen bei meinem neuen Let's Play SCP irgendwas können wir die Zahlen nicht merken das ist ein kostenloses Horrorspiel und da muss man eine Treppe runtergehen Ah! Eine Treppe so ich fange jetzt mal an ich habe übrigens alles ist dunkel deswegen mache ich jetzt ein Licht an weil ich bin voll der Schisshase so lalalalala 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 so da ist jetzt so ein Kasten da steht 2 drin wo ist denn hier die Treppe ja ja aah ich will nicht mehr äh hallo kommt da auch nochmal was anderes so ist ja voll scheiße äh so 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 das ist voll cool da kann man die ganze Zeit das gleiche machen hallo ich hab mein Headset auf voller Lautstärke deswegen hab ich Angst richtig Angst richtig Angst also das ist echt oh mein Gott äh äh aah 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 ich hab mich voll erschreckt ey aah 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 boh wenn jetzt gleich hier was kommt und jetzt mal ohne Scheiße jetzt ohne Witz dann boh dann piss ich mir in die Hose aah aah hallo äh das macht überhaupt keinen Spaß kann man hier auch noch was anderes machen ähm kann man hier rennen kann man hier sch- was war das was 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 war das aah 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 ne ne boah ich äh ja aah 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 ist ja nichts anderes das ist immer das gleiche aah 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 wie lang muss man das denn jetzt spielen so 5 jahre bis da mal was passiert ich mein okay ich hab mich schon erschreckt aber äh second is my girl second is my girl aah und es geht man andersrum das ist kein gutes Zeichen jetzt passiert gleich irgendwas ich wette die Engine von dem Spiel war übel zu teuer ne ich bin schon bei 10 boah ey ich ich hab Angst so so hä grad 10 und jetzt ne ok ich geh dann jetzt hier die Treppe hoch ganz langsam und vorsichtig schneller schnell kann ich schneller gehen aber das ist hier alles sehr gruselig ich hä ja jetzt muss ich zurück gehen hä ich versteh das nicht ich versteh das Spiel irgendwie nicht ich geh jetzt einfach irgendwo her man kann hier auch wirklich nichts anderes machen nur gehen und das war's das ist das ist das ist das ist das ist ich aber das ist Oh, jetzt ist hier eine Treppe. Ich sehe nichts. Hä? Hä? Boah, was ist das für ein krankes Spiel. Jetzt gehe ich halt wieder in der Treppe hoch. Jetzt gehe ich halt wieder in der Treppe hoch. Was passiert denn, wenn ich jetzt wieder zurückgehe, ne? Komme ich dann mal nass? Komme ich dann wieder in der Treppe hoch. ? Vielen Dank.